Wenn du im Angestelltenjob bist und du ruinierst dein Unternehmen, dann kriegst du immer noch ein gutes Zeugnis. Du kannst deine Firma abbrennen, du kannst sie abfackeln. Arbeitsrechtlich gesehen kriegst du immer noch das Zeugnis, dass du einen guten Job gemacht hast. Und gleichzeitig gehen wir mit unseren Kindern so hart um, mit unseren Erwachsenen tun wir es nicht.